Wenn es im Netz zu Überlastungen kommt, dann kann sozusagen gedimmt werden. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, wie wenn ich eine Glühlampe dimme bei uns zu Hause. Dann wird eben der Leistungsbezug reduziert von Wärmepumpen oder E-Mobilen und das Gesamtnetz des Netzbetreibers wird entlastet. Wir können jetzt im Moment einen Tarif nutzen, der liegt bei 18 Cent pro Kilowattstunde. Und durchschnittliche Tarife liegen im Moment ja bei, wenn man neu abschließt, 33 bis 36 Cent hier bei uns. Also wir sparen tatsächlich, was das Laden angeht beim Auto, im Winter die Hälfte der Kosten. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Green & Energy. Dem Podcast zu den wichtigsten Fragen rund um Klima, Energiewende und Nachhaltigkeit. Heute zu einem neuen Stromgesetz, mit dem Netzbetreiber seit dem 1. Januar Hausbesitzern den Strom trosseln dürfen. Wir beantworten die Fragen, wer ist betroffen und was sollten Elektroautofahrer und Wärmepumpenbesitzer jetzt wissen. Mein Name ist Katjana Krabb. Ich bin Energiereporterin beim Handelsblatt und damit begrüße ich Sie aus unserem Studio in Düsseldorf. Seit dem 1. Januar gibt es eine neue Regelung in Deutschland. Und die klingt auf den ersten Blick so ein bisschen wie eine Verschwörungstheorie. Netzbetreiber dürfen jetzt bei Privathaushalten den Strom dimmen. Kann sein, dass das Elektroauto da nur noch halb so schnell lädt oder die Wärmepumpe weniger heizt. Und man kann nichts dagegen tun. Das ist keine Verschwörungstheorie. Aber ganz so schlimm, wie es sich jetzt anhört, ist es auch nicht. Konkret geht es um den Paragrafen 14a aus dem Energiewirtschaftsgesetz. Der wurde jetzt überarbeitet und er soll dabei helfen, Blackouts in Deutschland zu vermeiden. Deshalb dürfen Stromnetzbetreiber jetzt im Notfall in die Stromversorgung von Haushalten eingreifen. Das gilt aber nicht für jeden Hausbesitzer. Und diejenigen, für die es gilt, die haben nicht nur Nachteile, sondern sie bezahlen auch weniger für ihren Strom. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ganz viele Fragen haben, dann sind Sie hier genau richtig. Ich spreche heute in der zweiten Hälfte der Sendung mit dem Lehrer Julian Affeld aus Brandenburg, bei dem zu Hause der Strom schon seit vier Jahren jeden Tag zweimal für 90 Minuten gedrosselt wird. Er erzählt, wie das so ist und warum er seinen Lehrerberuf sogar reduziert hat, um nebenbei andere Menschen davon zu überzeugen, ihren Strom auch drosseln zu lassen. Aber zuerst ist mir die Person zugeschaltet, die wahrscheinlich am allerbesten Antworten darauf geben kann, was es mit diesem neuen Paragrafen 14a denn jetzt eigentlich auf sich hat. Barbie Haller. Sie ist Vizechefin der Bundesnetzagentur, also der Behörde, die diese neue Regelung festgelegt hat. Guten Tag, Frau Haller. Ja, guten Tag. Durch den neuen Paragraf 14a des Energiewirtschaftsgesetzes können Netzbetreiber ja jetzt in einigen Fällen bei Haushalten den Strom drosseln. Wann das genau passieren kann, darüber sprechen wir gleich. Aber sagen Sie erst mal, wer ist denn davon eigentlich betroffen? Also erst mal muss man sagen, dass wir diese Regelung schaffen, weil wir ja möglichst schnell viele sogenannte steuerbare Verbrauchseinrichtungen, also E-Pkw und Wärmepumpen, ins Netz bekommen wollen. Das ist unser Ziel. Das ist wichtig, weil wir die Energiewende antreiben wollen, um den CO2-Ausstoß zu verhindern. Und deshalb müssten wir schnell eine Regelung schaffen, die dafür sorgt, dass jeder Verbraucher, der sich ein E-Mobil, eine Wärmepumpe anschafft, auch tatsächlich ans Netz kommt, sodass nicht aus Überlastungsgründen des Netzes der Hochlauf von E-Mobilen oder Wärmepumpen abebbt. Und ich glaube, das haben wir mit der Regelung geschafft. Wir versuchen ja gleich nochmal zu erläutern, wie die Regelung funktioniert. Aber das war unser Ziel und natürlich nicht zuvorderst, dem Netzbetreiber irgendwelche Eingriffsrechte zu geben, sondern wir haben klar gesagt, das muss schnell gehen, das soll schnell gehen und jeder Verbraucher hat das Recht, ans Netz zu kommen. Okay, und für wen gilt das? Das gilt ja nicht für jeden Verbraucher, der jetzt schon ein Elektroauto hat, richtig? Das gilt jetzt ab diesem Jahr für jede steuerbare Verbrauchseinrichtung. Und da hat der Netzbetreiber dann bestimmte Pflichten und bestimmte Rechte einzugreifen in den Strombezug. Das heißt, wenn es im Netz zu Überlastungen kommt, dann kann sozusagen gedimmt werden. Man kann sich das tatsächlich so vorstellen, wie wenn ich eine Glühlampe dimme bei uns zu Hause. Dann wird eben der Leistungsbezug reduziert von Wärmepumpen oder E-Mobilen und das Gesamtnetz des Netzbetreibers wird entlastet. Das heißt, jeder, der sich eben jetzt ab diesem Jahr ein Elektroauto zulegt bzw. eine persönliche Wallbox oder eine Wärmepumpe, der muss sozusagen damit rechnen. Aber in welchen Fällen kommt es denn dazu, dass der Netzbetreiber steuernd eingreift? Also es kommt nur dann und es darf auch nur dann zu Eingriffen des Netzbetreibers kommen, wenn tatsächlich eine akute Überlastungssituation auftritt. Das heißt, es ansonsten zu sicherheitsrelevanten Vorfällen im Netz kommen könnte. Das heißt tatsächlich, Schaden an den Leitungen entstehen könnten oder tatsächlich sonst an anderen Bereichen Abschaltungen drohen. Das heißt, der Netzbetreiber muss tatsächlich auch uns gegenüber nachweisen, dass er das nicht getan hat, weil er die Vermutung hat, dass es vielleicht etwas passieren könnte, sondern dass er auf Basis von Netzmessungen davon ausgehen musste, dass es ansonsten zu Schwierigkeiten kommt. Und das muss auch dokumentiert werden. Und der Netzbetreiber muss auch ausweisen, wann er das gemacht hat, wie lange er das gemacht hat und an welchen Stellen. Und wie wahrscheinlich ist es, dass das wirklich passiert? Also ich glaube, es wird vor allem nicht flächendeckend passieren. Wir haben ja ganz, ganz unterschiedliche Netzsituationen. Wir haben sehr neue Netze, alte Netze, Stadtnetze, ländliche Netze. Und ich gehe davon aus, dass solche Netzüberlastungssituationen auch nicht in ganzen Netzen, also jetzt bin ich beim Stadtwerk XY, dann heißt es nicht, dass wenn der Netzbetreiber des Stadtwerks XY sagt, das kann mal vorkommen, dass das dann fürs ganze Netz vorkommt, sondern vielleicht nur für Teilbereiche, für einzelne Straßenzüge, für gewisse Wohngebiete, dass es da ein Problem gibt. Wie oft das genau vorkommen wird, das können wir im Moment noch nicht sagen. Und das liegt daran, dass auch die Netzbetreiber im Moment noch nicht den klaren Blick auf ihr Netz haben, weil sie bedauerlicherweise tatsächlich im Moment noch nicht wirklich messen können, wie hoch die Belastung ist. Das ist etwas, was so nicht bleiben kann. Insgesamt muss sich die Fähigkeit der Netzbetreiber da deutlich verbessern, auch einfach schneller und genauer zu wissen, was passiert da im Netz, um einfach mehr Verbraucher ans Netz zu bekommen. Und wir erwarten von dieser Regelung auch einen Schub an Digitalisierung in den Netzen, eben deshalb, weil der Netzbetreiber dann auch eben genau sagen kann und muss, wo ist das Problem, wo muss ich ein Problem lösen und wo muss ich dann mein Netz auch verstärken und ausbauen. Lässt sich denn ungefähr zumindest sagen, wie häufig es zu Eingriffen kommen könnte, auch wenn man es nicht genau vorhersehen kann? Das kann ich Ihnen tatsächlich sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, es wird nicht regelmäßig der Fall sein. Und das wird auch in den Fällen, in denen es der Fall ist, für den Verbraucher nicht in allen Fällen merkbar sein. Also wenn Wärmepumpen zum Beispiel gedimmt werden, wird das der Verbraucher in den allermeisten Fällen überhaupt nicht merken. Denn jede Wärmepumpe hat einen gewissen Speicher. Viele Wärmepumpen haben auch größere Speicher. Viele Verbraucher installieren sich jetzt sowieso Speicher in ihren Haushalten, in größeren Wohngebieten, in Bürogebäuden und so weiter wird das sowieso der Fall sein. Das heißt, dieses Dimmen der Wärmepumpe über, sagen wir mal, zwei, drei Stunden wird niemand merken. Und das ist ja der wesentliche Punkt. Merkt das der Verbraucher oder merkt das nicht? Auch bei E-Mobilen wird es so sein, dass zwar gedimmt wird, aber nur auf eine gewisse Grenze von 4,2 kW. Das heißt, das Elektromobil kann immer noch laden. Und die Vorgabe haben wir so eingestellt, dass auch wenn jetzt über Nacht zum Beispiel die gesamte Nacht der Netzbezug gedimmt würde, was ja nicht der Fall sein muss, dass man dann immer noch das E-Auto so weit aufladen kann, dass man zumindest 50 Kilometer fahren kann. Also das heißt sozusagen die dringenden Notfälle abgedeckt wird. Also man wird sein E-Mobil, auch wenn es abends leer war, morgens wieder benutzen können. Sie sagten jetzt gerade, wenn mal die ganze Nacht gedimmt wird, wie lange kann denn maximal gedimmt werden im Extremfall? Naja, es kann so lange gedimmt werden, wie es notwendig ist tatsächlich. Also insofern, das ist eben das Problem. Wenn die Überlastungssituation sehr akut wird, muss der Netzbetreiber natürlich dimmen. Wir wollen ja tatsächlich nicht das Netzbereich abgeschaltet werden können. Gibt es da irgendwie einen Erfahrungswert, wie lange so eine Netzüberlastung normalerweise anhält? Das kann von Netzbereich zu Netzbereich ganz unterschiedlich sein. Aber wir können uns hier den Fall vorstellen. Also was ist der Fall? Der Fall ist, das Netz ist hoch belastet, weil sehr viele Verbraucher am Netz sind. Also es werden gleichzeitig eh Autos geladen in meinem Straßenzug. Es ist kalt, die Wärmepumpen laufen alle. Das wird ein solcher Fall sein. So, der dauert natürlich aber nicht ewig an. Sondern irgendwann sind die E-Mobile auch geladen. Möglicherweise schaltet die Wärmepumpe dann auch irgendwann in der Nacht aus. Das heißt, oder heizt nicht mehr so viel. Das heißt, das sind normalerweise nur einzelne Stunden, in denen das Problem auftaucht. Okay, und Sie sagten vorhin, einige Netzbetreiber wissen selber noch gar nicht so genau, wann diese Überlastungssituationen auftreten, weil sie selbst noch nicht die nötigen digitalen Instrumente im Netz haben. Wie gehen denn künftig Netzbetreiber vor, die da noch gar nicht so genau Bescheid wissen? Also erstens werden alle Vereinbarungen mit eben den Kunden schließen müssen, mit diesen Verbrauchern, auf welchem Weg diese Steuerbarkeit sichergestellt wird. Und wenn die Netzbetreiber das nicht schaffen, einfach operativ, dann haben sie einen Übergangszeitraum und dürfen sozusagen präventiv für eine gewisse Zeit auch einzelne Netzbereiche dimmen. Also nicht einzelne Verbraucher dann, sondern bestimmte Netzbereiche. Das dürfen sie nur zwei Jahre machen und dann müssen sie tatsächlich auch ein anderes Instrument wählen, entweder ausbauen oder eben einzelne Vereinbarungen treffen. Und ich gehe davon aus, dass die Netzbetreiber, viele machen das ja auch schon, jetzt noch mehr Tempo machen, einfach Messsysteme in die Netze einzubauen, um besser zu wissen, was passiert in den Netzen. Denn das spart natürlich im Zweifel auch Netzausbau. Wenn ich ganz genau weiß, wo muss ich denn ausbauen, kann ich mir die Kosten für Netzausbau sparen. Und das hilft uns allen, insbesondere den Kunden auf ihrer Stromrechnung. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Let's talk about circular economy. Im Februar diskutieren wir unter dem Motto reverse thinking die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Treffen Sie führende Köpfe und wichtige Entscheidungsträger aus Industrie, Wirtschaft, Politik und Wissenschaft und diskutieren Sie auf der Handelsblatt Circular Economy Konferenz über Ressourceneffizienz und nachhaltiges Handeln. Sparen Sie jetzt 15 Prozent mit dem Vorteilscode 37Green auf handelsblatt-circular-economy.de. Okay, aber nochmal für mich als Verbraucherin, wenn ich jetzt in einem Netzgebiet bin, in dem der Netzbetreiber noch nicht genau weiß, wo Engpässe auftreten bzw. wann Engpässe auftreten, heißt das, mir wird dann präventiv einfach zweimal am Tag der Strom gedimmt oder wie funktioniert das? Also das würde ich sagen, das kann nicht passieren, weil ansonsten wäre das Netz jetzt schon sehr instabil. Man muss sich überlegen, so eine Wärmepumpe ist auch nicht viel mehr als so ein Elektroherd. Also das ist keine Monsteranlage. Es kommt nur dann zum Problem, wenn wirklich ganze Netzgebiete, ganze Straßenzüge gleichzeitig mit hoher Leistung Strom aus dem Netz ziehen. Und das ist nicht dauerhaft der Fall. Wenn der Netzbetreiber tatsächlich noch nichts über sein Netz weiß, dann wird er präventiv den Kunden sagen, es kann möglicherweise im Winter in bestimmten Monaten zu bestimmten Uhrzeiten zu Problemen kommen. Und deshalb werde ich dir jetzt schon sagen, in diesen Zeiten werde ich dem. Das muss er mir dann als Kunden aber auch tatsächlich mitteilen. Darauf muss ich mich auch einlassen. Dafür bekomme ich auch eine Minderung meines Netzentgeltes. Das ist Geben und Nehmen. Und der Netzbetreiber muss, wenn er dann wirklich eingreift, das Ganze tatsächlich auch dokumentieren. Und ich habe als Kunde dann nämlich die Gewissheit auch, dass der Netzbetreiber nach zwei Jahren dieses Verhalten eben auch einstellt und das Netz ausgebaut hat. Einige Experten, mit denen ich im Vorfeld gesprochen hatte, haben diesen Paragrafen 14a auch als so eine Art Feuerwehrparagrafen bezeichnet, weil der eben im Notfall, wenn es sozusagen akut brennt, löschen soll. Aber warum ist es denn eigentlich so weit gekommen, dass wir einen Feuerwehrparagrafen brauchen? Also warum wurde das Netz nicht vorher so sehr ausgebaut, dass wir gar nicht erst Engpässe befürchten müssen? Ja, also da müssen Sie auch die Netzbetreiber nochmal fragen. Tatsächlich müssen wir als Bundesnetzagentur sagen, die Energiewende, das wissen wir alle, die kommt ja jetzt nicht plötzlich. Wir wussten und wir haben schon immer in unserem Szenario-Rahmen auch den Hochlauf der Elektromobilität angenommen. Aber natürlich ist es jetzt erst tatsächlich so akut, dass die Kunden auch auf die Netzbetreiber zugehen und sagen, ich will anschließen. Wann kann ich denn? Und die Kunden Druck machen. Und wir kennen das auf dem realen Leben erst, wenn vor mir jemand steht und sagt, ich will jetzt, dann oft handele ich erst dann. Und es gibt Netzbetreiber, die haben im Vorfeld sehr genau antizipiert. Ich weiß, ich habe Wohngebiete, bei denen nehme ich an, da kommen Elektromobile und die haben auch sehr vorausschauend das Ganze ausgebaut. Die kennen wir auch. Aber es gibt eben auch Netzbetreiber, die reagieren erst jetzt. So ist das. Das ist in vielen Wirtschaftsbereichen so, dass die einen schneller und die anderen langsamer sind. Ich glaube, dass die Entwicklung schon antizipierbar war. Aber wie gesagt, jetzt wird es eben akut und in dieser Situation dürfen wir eben oder müssen wir vermeiden, dass es dazu kommt, dass gebremst wird der Ausbau oder die Kunden verunsichert sind und nicht wissen, kann ich denn Strom ziehen für mein Elektromobil? Ich habe in der Zeitung gelesen, da kommt es zu Netzüberlastung, sondern dass sie die Sicherheit haben, ich kann mir das Ding kaufen, ich kann meine Mallbox anschließen. Ich habe vielleicht in einzelnen Stunden mal einen Service-Nachteil, dafür bekomme ich aber auch ein vermindertes Netzentgelt und dann kann ich mich darauf einlassen und muss keine Angst haben. Der Paragraf schreibt ja auch Netzbetreibern vor, dass sie immer da, wo Netzenkässe auftreten, jetzt ganz akut das Netz ausbauen müssen. Ist das denn eigentlich ein wirklich größerer Druck als vorher? Denn Netzausbau war ja schon immer gewünscht und nötig. Das stimmt, aber wenn man natürlich genau dokumentieren muss, an welcher Stelle muss ich ausbauen und dass die Öffentlichkeit auch nachhalten kann, dann glaube ich, ist das schon ein höherer Druck als vorher. Das erwarte ich mir eigentlich schon. Und auch jetzt hier in dem Podcast oder wann auch immer kann man ja mal Bilanz ziehen und mal sehen, was hat sich denn getan. Und ich denke schon, dass auch die lokalen Journalisten und andere interessierte Kreise sich dann mal anschauen, was passiert denn tatsächlich genau in meiner Stadt, in meinem Straßenzug. Das ist nochmal was anderes, als wenn man insgesamt darüber berichtet, wir haben Probleme in den Verteilnetz und so weiter. Wenn das wirklich real ist und man kann sozusagen die Straßenzüge sehen, an denen gehandelt werden muss, ist der Druck, glaube ich, nochmal größer. Und das soll ja auch transparent gemacht werden. Genau, auch wie oft im Leben hilft da Transparenz. Und das ist ja für den Netzbetreiber auch nichts Schlechtes. Er kann auch nochmal dokumentieren, warum macht er das denn? Warum macht er denn die Baumaßnahmen? Da wird es möglicherweise auch mal hin und wieder zu einer Beeinträchtigung kommen. Vielleicht muss man eine Straße aufgerissen werden und dann wissen auch die Bürgerinnen und Bürger, das nutzt uns auch allen. Und wir kennen den Grund. Insofern, ich halte das auch für die Netzbetreiber nicht nur für Nachteil, dass sie dokumentieren müssen. Und es ist dann auch für die Städte und Gemeinden klar, da muss dann eben auch Geld reinfließen und da muss ein Stadtwerk auch unterstützt werden. Jetzt gibt es ja trotzdem vielleicht einige Verbraucherinnen und Verbraucher, denen das irgendwie unheimlich ist und die sagen, naja, ich will lieber nicht, dass da jemand bei mir eingreift. Wenn ich jetzt eine neue Wärmepumpe oder Wallbox kaufe, dann melde ich die einfach gar nicht an und dann kann auch kein Netzbetreiber zugreifen. Was passiert denn dann? Also er hat die Pflicht, das zu tun und ich glaube auch, es gibt ja einen finanziellen Anreiz. Ich glaube nicht, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht anmelden. Das ist auch nicht legal, das sozusagen so zu tun. Und ich werde natürlich auch in den Genuss des reduzierten Netzentgelts nicht kommen, wenn ich nicht anmelde. Und der Netzbetreiber wird das auch merken, dass da eine zusätzliche Last ist. Also es kann man niemandem empfehlen, da irgendwie das nicht zu machen. Wir haben es so ausgestaltet, dass jeder Verbraucher auch durchaus einen Nutzen davon hat, wenn er sich entsprechend mit dem Netzbetreiber auseinandersetzt. Stichwort Nutzen. Es gibt ja eben auch für alle, die da sozusagen mitmachen, Schrägstrich mitmachen müssen, gibt es reduzierte Netzentgelte. Das heißt im Endeffekt, sie zahlen weniger für ihren Strom. Können Sie das nochmal etwas genauer erläutern, wo da die Reduktionen stattfinden? Genau. Also wir haben ja ein Netzentgelt, das ist aus der Rechnung auch ausgewiesen. Da gibt es einen Leistungs- und einen Arbeitspreis. Und wir haben zwei sozusagen verschiedene Varianten. Entweder nimmt man sozusagen pro Netzbetreiber einen Rabatt in Anspruch. Dann kann das, da wissen wir ja, das Netzentgelt in verschiedenen Netzbereichen ist unterschiedlich. Also von Stadt A zu Stadt B kann das auch mal variieren, sodass wir jetzt ausgerechnet haben, je nachdem wie die Situation vor Ort ist, sind das ungefähr 110 bis 190 Euro, die man dann spart. Also man schließt da diese Regelung mit dem Netzbetreiber ab. Und auf meiner Rechnung muss der Netzbetreiber dann automatisch ausweisen, wie viel Reduzierung ich dann bekomme aufs Netzentgelt. Man kann das auch anders machen und dann den Arbeitspreis reduzieren. Das kommt so ein bisschen darauf an, was man denn in seinem Haushalt so hat. Wir nehmen mal an, dass die bundesweite Reduzierung von 110 bis 190 Euro eher für die Elektromobile gewählt wird. Und diese pauschale Reduzierung des Arbeitsentgeltes eher für die Wärmepumpenbesitzer. Der Netzbetreiber kann einem das dann ausrechnen und dann kann man wählen, nimmt man die eine Variante oder die andere Variante. Möglicherweise habe ich ein E-Mobil und eine Wärmepumpe und Speicher. Dann lohnt sich vielleicht sozusagen dieses 60 Prozent Rabatt mehr. Wenn ich nur ein E-Auto habe, dann sage ich vielleicht, na dann gib mir den pauschalen Rabatt. Dann weiß ich, was ich habe und das ist am einfachsten. 110 bis 190 Euro, das klingt ja schon mal nicht schlecht. Das gilt aber dann ja eben erst mal nur für diejenigen, die jetzt ein neues Gerät kaufen in diesem Jahr. Aber man kann ja auch freiwillig mitmachen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also man kann ja auch, wenn man jetzt schon ein Elektroauto besitzt, eine Wallbox, eine Wärmepumpe, kann man sagen, ich möchte mich regulieren lassen und reduzierte Netzentgelte zahlen. Würden Sie das Verbraucherinnen und Verbrauchern empfehlen? Das würde ich empfehlen, ja. Wie gesagt, das würde ich deshalb empfehlen. Ich würde mir das auch selber empfehlen, wenn ich in der Situation wäre. Denn wie gesagt, ich gehe davon aus, dass die Eingriffe sehr selten sind und ich sie nicht merken werde. Und dann nehme ich doch lieber das reduzierte Netzentgelt in Anspruch. Zumindest wenn ich jemand bin, der irgendwie sagt, na ja, wenn mein E-Auto dann morgens nicht zu 100 Prozent voll ist, sondern zu 80 Prozent, dann ist das für mich auch kein Problem. Ja, dann würde ich das machen. Alles klar. Vielen Dank für die zuversichtlichen Worte und die Empfehlungen. Vielen Dank, Babi Haller. Ja, vielen Dank Ihnen und ich hoffe, die Verbraucherinnen und Verbraucher nehmen das alles in Anspruch und wir sehen dann vielleicht in zwei Jahren auch einen noch stärkeren Ausbau der Netze. Viele von Ihnen sind jetzt vielleicht ein bisschen beunruhigt. Aber wenn Sie nicht erst in diesem Jahr eine neue Wallbox oder eine neue Wärmepumpe kaufen, sind Sie ja eigentlich gar nicht von dem neuen Paragrafen 14a betroffen. Aber vielleicht erwägen Sie ja freiwillig Ihrem Netzbetreiber Zugriff auf Ihren Stromzähler zu geben. Dazu rät nicht nur Babi Haller, wie gerade gehört, sondern auch Privatpersonen, die das schon ausprobiert haben und sich schon seit Jahren den Strom drosseln lassen. Und mit einem solchen Menschen spreche ich jetzt. Hallo Herr Affeld. Hallo Frau Krabb, grüße Sie. Ja, ich vermute mal, der neue Paragraf 14a, der seit Januar gilt, macht Ihnen nicht so viel Angst, denn Sie haben ja schon einen unterbrechbaren Stromzähler. Das heißt, der Netzbetreiber greift bei Ihnen ja schon seit Jahren in die Stromversorgung ein. Erklären Sie mal für die Hörerinnen und Hörer, wie wirkt sich dieser Eingriff aus? Was genau passiert da täglich bei Ihnen? Ja, das ist ganz einfach. Jeden Tag zweimal zur gleichen Zeit, einmal vormittags, einmal am Nachmittag, wird für 90 Minuten die Stromversorgung für unsere Wärmepumpe und unsere mit dort angeschlossene Wallbox unterbrochen. Das ist eigentlich auch schon alles. Und das heißt aber auch, die anderen Elektrogeräte im Haushalt, die funktionieren dann ganz normal, oder? Genau, die laufen über den ganz normalen Haushaltszähler, werden eben zum Teil über die PV-Anlage versorgt oder wie im Winter vielleicht jetzt mal ein bisschen mehr aus dem Netz. Aber in diese beiden Geräte, die ja als steuerbare oder abschaltbare Verbraucher gelten, sind eben dann zweimal für 90 Minuten nicht nutzbar. Das hört sich ja jetzt für die meisten Menschen erstmal erschreckend an. Zweimal am Tag fällt sozusagen partiell der Strom aus für einige Geräte. Hat Sie das schon mal irgendwie gestört, dass Sie gesagt haben, jetzt hätte ich aber eigentlich gern mein Auto vollgeladen oder jetzt ist so ein kalter Wintertag und meine Wärmepumpe tut nichts. Es wird kalt in der Wohnung? Nein, tatsächlich überhaupt gar nicht. Also bei der Wärmepumpe kann ich sagen, dass wir selbst schon bei minus 18 Grad, das war gleich der erste Winter, in dem die Anlage in Betrieb ging vor vier Jahren, natürlich auch sehr gespannt waren, wie wirkt sich das aus. Es ist nun so, dass es ja nicht gleich kalt, die Heizkörper nicht gleich kalt sind, sondern da ist ja noch warmes Wasser im System. Tatsächlich sind die Heizkörper erst nach ungefähr 45 bis 50 Minuten wirklich dann kalt und dann könnte man vielleicht denken, dass aber tatsächlich passieren tut hier gar nichts in dem Haus. Und wir wohnen hier nicht in einem Passivhaus, sondern in einem Haus, was jetzt 23 Jahre alt ist. Beim Auto ist es auch so, dass eigentlich das, wovon alle immer reden, nämlich man fährt vielleicht eine Stunde am Tag und die letzten 23 Stunden steht das Auto rum. Also auch da haben wir ja noch niemals ein Problem gehabt, dass uns zur Zeit, wo man vielleicht hätte laden müssen, der Strom weg war. Das war nicht das Problem, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass die Autos ja heute einen etwas größeren Akku haben als früher und man eigentlich immer genügend Reserve drin hat. Also tatsächlich nein, wirklich in diesen vier Jahren bisher noch niemals ein Problem damit gab. Wir merken das nicht mal. Okay, also keine Einschränkungen. Aber wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass Sie diese unterbrechbaren Verträge haben? Ja, eigentlich ganz einfach. Also wir haben uns vor knapp viereinhalb Jahren dazu entschieden, die Gasheizung rauszunehmen und gegen eine Wärmepumpe zu ersetzen. Dafür war dann klar, dass wir uns einen separaten Zählpunkt einbauen lassen, weil man dann eben einen attraktiveren entsprechenden Stromtarif dafür nutzen kann. Und im Zuge der Recherchen bin ich dann darauf aufmerksam geworden, dass in diesem alten Paragrafen 14a vom Energiewirtschaftsgesetz auch plötzlich drin stand. Man könnte dort auch Elektroautos dann über solche Zählpunkte laden. Und dann haben wir mit unserem Elektriker zusammen einen Antrag bei unserem Netzbetreiber gestellt. Der hat das erst mal abgelehnt, weil ihm das nicht bekannt war. Und ja, dann haben wir eben einfach den Gesetzestext vorgelegt. Und schwupps konnten wir die Wallbox an diesen Zähler mit anschließen. Und haben jetzt die Möglichkeit, im Winter über diesen Zählpunkt das Auto zu laden und entsprechend zu heizen, was natürlich große finanzielle Vorteile mit sich bringt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Zukunft ist, was wir daraus machen. Davon bin ich, Andrea Wassmuth, Geschäftsführerin der Hannesblatt Media Group, überzeugt. Und deswegen haben wir PALS, das exklusive Wirtschaftsnetzwerk der Hannesblatt Media Group, gegründet. Mit PALS wollen wir einflussreiche weibliche Köpfe vernetzen, um sich branchenübergreifend zu relevanten Wirtschafts- und Karrierethemen auszutauschen. Ich bin mir total sicher, durch einen offenen und vertrauensvollen Austausch schaffen wir es, den vielfältigen Herausforderungen unserer Zeit noch besser zu begegnen und die Zukunft gemeinsam positiv zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt und werden auch Sie ein Teil davon. Ich freue mich schon sehr auf Ihre Bewerbung für diesen ausgewählten Kreis. Unter pals.hannesblattgroup.com Wie viel sparen Sie dabei? Ja, also ich sage es mal so, wie es jetzt im Moment ist. Wir können jetzt im Moment einen Tarif nutzen, der liegt bei 18 Cent pro Kilowattstunde. Und durchschnittliche Tarife liegen im Moment ja bei, wenn man neu abschließt, 33 bis 36 Cent hier bei uns. Also wir sparen tatsächlich, was das Laden angeht beim Auto, im Winter die Hälfte der Kosten. Jetzt muss man ja sagen, diese Wärmepumpentarife, die sind relativ verbreitet. Also viele Menschen, die eine Wärmepumpe haben, bekommen so einen speziellen, günstigeren Wärmepumpenvertrag und dann eben mit einem unterbrechbaren Zähler. Aber dass das Elektroauto da auch dran hängt, das ist ja eher besonders, oder? Ja, das ist besonders. Allerdings eigentlich, wenn man es durchdenkt, eigentlich ganz logisch. Denn ein Auto muss nicht wie ein Kühlschrank zum Beispiel rund um die Uhr am Netz hängen. Beim Kühlschrank würde die Gefahr bestehen, wenn der Strom ausfällt, dass die eingelagerten Lebensmittel verderben. Wir wissen, dass das so schnell nicht geht, aber das ist die Denkweise. Und bei einem Elektroauto hat der Gesetzgeber zum Glück gesagt, das ist auch eine abschaltbare Verbrauchseinrichtung, weil das Auto nicht ständig mit Strom versorgt werden muss. Und dann kommt man in den Genuss dieser Stromtarife, genauso wie bei der Wärmepumpe. Übrigens auch, alle, die das vielleicht nutzen, ist ähnlicher auch für elektrische Warmwassergeräte oder Elektroheizungen, Nachtspeicherheizungen. Das ist also eigentlich nur eine Ergänzung der bestehenden Regeln. Und Sie haben das ja nicht nur aus Kostengründen gemacht, wenn ich es richtig im Kopf habe, sondern auch so ein bisschen, weil Sie die Idee gut finden, das Netz damit ein bisschen zu entlasten und das Energiesystem. Was bringt das denn eigentlich? Vielleicht können Sie es einmal erklären. Eigentlich ganz einfach gesagt, also je mehr wir alle, egal ob wir jetzt ein E-Auto haben, eine Wärmepumpe, was auch immer, je mehr wir es alle schaffen, Lasten, also Dinge, wo wir Strom verbrauchen, in Zeiten zu verlegen, wo nicht diese sogenannten Hochbelastzeiten im Netz sind, führt es dazu, dass insgesamt die Strompreise sinken können. Denn das, was den Strom am teuersten bei uns macht, auch im Moment, sind immer nur die Spitzenlasten. Also wenn das letzte Kraftwerk angefahren werden muss, um die höchsten Lasten noch zu decken. Das sind im Moment überwiegend Erdgaskraftwerke. Sie kennen die Diskussion, wir alle, auch die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen diese Diskussion. Merit-Order-Prinzip nun mal so als kleines Stichwort genannt. Und wenn wir es schaffen, diese Lasten, die jetzt auch durch diese neuen Verbraucher kommen, in Zeiten zu schieben, wo sowieso im Netz mehr oder weniger nichts los ist, also meistens nachts, dann führt das dazu, dass wir weniger diese Spitzenlasten haben und insgesamt für alle die Strompreise sinken. Also egal, ob man das macht mit so einem separaten Zähler oder nicht, es ist immer sinnvoll für alle, diese Lasten aus diesen Hochbelastzeiten rauszunehmen. Merit-Order noch mal ganz kurz erklärt, weil ich nicht ganz sicher bin, ob alle Zuhörerinnen und Zuhörer das kennen. Gaskraftwerke sind mit am teuersten und die setzen dann eben den Preis und dann wird der Strom insgesamt teurer, wenn diese Kraftwerke auch zugeschaltet werden müssen. Jetzt sind Sie ja nicht ganz alleine mit Ihrem Modell da auch das Elektroauto in diesen unterbrechbaren Tarif zu schalten, sondern Sie haben ja relativ viele Bekannte auch schon sozusagen überredet mitzumachen oder denen dabei geholfen. Wenn jetzt jemand sagt, ich würde das auch gern so machen, wie müsste diese Person dann vorgehen? Also auf alle Fälle wäre ein guter Hinweis, sich an ein Fachunternehmen zu wenden, Elektrobetrieb, die sich mit solchen Sachen auskennen. Nur die können überhaupt solche Anträge stellen und sich dann gemeinsam mit dem Fachbetrieb beim zuständigen Netzbetreiber zu erkundigen, welche Zähl- oder Messmodelle dort dann zugelassen werden. Es gibt inzwischen viele Netzbetreiber, die leider für ein E-Auto wiederum noch einen dritten Zähler verlangen, weil die sagen, da liegt ein anderes sogenanntes Lastprofil dahinter. Es gibt aber auch Netzbetreiber, die sind entspannt und sagen, du hast so einen unterbrechbaren Zähler oder wir bauen dir den ein und dann kannst du dort Wärmepumpe und Elektroauto gemeinsam drüber beschreiben. Also wir haben eben in Deutschland über 900 Netzbetreiber, da macht so ein bisschen jeder, was er möchte. Also sich zuerst erkundigen und dann entsprechend vom Fachunternehmen ausführen lassen. Und dieser neue Paragraf 14a, der jetzt dann ab Januar gilt, hilft der denn in irgendeiner Weise dabei oder ist das davon unabhängig? Also die Neuformulierung, die jetzt kommt, ist eigentlich sehr, sehr sinnvoll. Denn bisher war es so, dass diese Unterbrechungszeiten fix sind. Sommer wie Winter, nur um eine Stunde verschoben durch Sommer-Winter-Zeit-Umschaltung. Aber wir haben ja ein Stromsystem, bei dem im Moment schon fast 60 Prozent aus erneuerbaren Energien kommen. Und das wäre natürlich sinnlos, die Wallbox dann abzuschalten, wenn gerade die Windfront durchgeht oder die Sonne rauskommt. Und in der Neuformulierung geht man jetzt einfach da und macht das Ganze smart. Das heißt, man sagt, wir haben nicht mehr feste Zeiten, sondern nur noch, wenn Bedarf besteht, dann kann eine steuerbare Verbrauchseinrichtung auch nicht abgeschaltet werden, sondern nur gedimmt werden, auf einen Mindestwert runtergesetzt werden. Das heißt, das System wird intelligenter. Und gleichzeitig können wir Verbraucher aber noch besser davon profitieren, als es bisher der Fall war. Das heißt, insgesamt sind Sie mit dem neuen 14a soweit zufrieden oder hätten Sie sich da noch was anders gewünscht? Also das, was so ein bisschen schwierig ist aus der Sicht der Installateure, ist, dass noch nicht genau klar ist, wie die technische Ausführung stattfinden soll. Alle 900 Netzbetreiber sollen sich jetzt einigen, wie sie Wallboxen oder Wärmepumpen dimmen. Nochmal, nicht abschalten, sondern dimmen. Und es gibt ein Chaos, weil es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Und da müssen die sich erst mal einigen. Und wenn dann ein bundesweites System feststellt, ist es definitiv sinnvoll. Also ja, ich finde das gut. Es muss noch ein bisschen nachgedacht werden, sage ich mal, wie man das technisch tatsächlich ausführt. Kritik habe ich eigentlich nur persönlich an einer Position, wenn ich das noch sagen darf, nämlich, dass Netzbetreiber, die ihre Netze nicht messen können, also die zum Beispiel in den Transformator-Stationen keine Messeinrichtungen haben, nach Statistik sowas machen können. Und da weiß man dann nicht, was passiert. Also wird dann die Wallbox jeden Tag gedimmt, weil es könnte ja sein oder so. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber die Netzbetreiber sind aufgefordert, schnellstmöglich hier nachzurüsten. Und vielleicht sollte man das auch noch erwähnen für alle Hörerinnen und Hörer, die jetzt vielleicht doch noch ein bisschen verunsichert sind. Das soll kein Dauerzustand sein, dieses Dimmen können, sondern das soll so sein, dass die Netzbetreiber, bei denen solche DIM-Vorgänge vorkommen, dann aufgefordert sind, per Gesetz schnellstmöglich für Abhilfe zu sorgen, also sprich, die Netze auszubauen. Und diejenigen, die jetzt noch keine intelligenten Messeinrichtungen in ihrem Netz haben, also die Netzbetreiber und eben eher so nach Statistik steuern, das sind dann aber ja welche, die es so machen, wie es bei ihnen momentan läuft, oder? Eben so ein bisschen auf Verdacht abschalten. Ja, die dürfen dann auch keine festen Zeiten mehr haben, sondern die müssen das so ein bisschen präventiv machen und müssen das allerdings auch der Bundesnetzagentur bestätigen und erklären, warum sie das so machen. Also so auf Deutsch gesagt oder auf Berlinerisch gesagt, frei nach Schnauze geht nicht, sondern die müssen das dann schon entsprechend nachweisen, warum sie hier in die Versorgung eingreifen. Ich glaube, dass auch aus meiner Erfahrung, aus den Gesprächen, die ich mit vielen Leuten geführt habe, wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen, bei denen eingegriffen wird, ich würde es überhaupt gar nicht merken, weil zum Beispiel eine Wärmepumpe nimmt selten mehr als 4,2 kW aus dem Netz auf. Meine Wärmepumpe liegt immer weit, weiter drunter. Ich würde es also nicht mal merken, wenn gedimmt wird. Ich habe sogar einen Vorteil, ich habe nämlich keine Abschaltzeiten mehr, sondern nur noch die Sache, ja, vielleicht greift der Netzbetreiber mal ein, aber ich würde es vielleicht gar nicht merken. Wird sich denn für Sie jetzt durch 14a was ändern? Man kann ja auch freiwillig mitmachen, auch wenn man vor 2024 schon eine Wallbox und Wärmepumpe sich zugelegt hat. Steigen Sie sozusagen um? Ja, ich denke mal ja. Man muss halt dann gucken, wie tatsächlich die neuen verminderten Netzgebühren dann aussehen. Ich werde mir das sehr genau angucken. Bei uns läuft es ja so weiter. Also überall, wo es schon so eine Steuerung gibt, läuft das erst mal ganz normal weiter, ist von dieser Dimmung überhaupt gar nicht betroffen. Und wenn es dann soweit ist, wird mit Sicherheit der Netzbetreiber zum Beispiel an mich oder an Hörerinnen und Hörer, die das auch schon machen, antreten und sagen, hey, wir haben hier ein neues Modell. Möchtest du da mitmachen oder nicht? Die Konditionen sehen so oder so aus. Und dann greift man zum Taschenrechner oder zum Papier und Bleistift, rechnet ein bisschen und weiß dann, wofür man sich entscheidet. Würden Sie Leuten aber nicht dazu raten, proaktiv auf den Netzbetreiber zuzugehen und zu sagen, ich möchte jetzt ein bisschen Netzentgelt sparen und mitmachen? Na, sagen wir es mal so. Ab 01.01.2024 wird die Sache ja verpflichtend. Also alle dann neu eingebauten Wallboxen und neu eingebauten Wärmepumpen müssen an diesem System teilnehmen. Und dann muss man sich entscheiden, wie man es halt gerne möchte. Es gibt ja da drei Modelle, unter denen man sich entscheiden kann. Sinnvoll für die Verbraucher ist es auf jeden Fall. Sinnvoll für unser Stromnetz definitiv auch. Weil ich habe es ja erläutert, es ist für alle sinnvoll. Und diejenigen, die eben die Geräte schon hatten, würden Sie denen, für die ist es ja freiwillig, die können ja sagen, ich mache mit oder eben auch nicht. Würden Sie es denen auch empfehlen? Auf jeden Fall, denn man hat ja zum Beispiel dann, wenn man seine Wallbox steuern lässt, zum Beispiel nach dem ersten Modell Anspruch auf eine pauschale Rückvergütung von Netzgebühren. So im Bereich von 180 bis 200 Euro wird da gesprochen im Moment. Und ich meine, haben oder nicht haben. Wenn man also eine Wallbox hat, die steuerbar ist, dann kann man mit dem Netzbetreiber Verbindung aufnehmen und sagen, ich möchte gerne meine Wallbox jetzt in Zukunft steuern lassen und entsprechend mitmachen. Aber man muss das nicht tun. Also wer jetzt eine Wallbox hat, läuft weiter wie bisher, wird es keine Veränderung geben. Okay, und eine letzte Frage. Haben Sie denn in den Jahren, die Sie das jetzt schon so ähnlich machen, irgendwelche Erfahrungen gemacht, die Sie gerne mit den Hörerinnen und Hörern teilen würden? Irgendwelche Tipps? Ja, also mein Tipp wäre tatsächlich, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil man wie gesagt davon profitiert. Das ist eine Win-Win-Situation für alle. Und ich meine, wir reden ja alle im Moment über hohe Strompreise. Wird auch von vielen angeführt, zum Beispiel als Argument eben nicht auf ein E-Auto umzusteigen. Aber wenn ich hier Möglichkeiten habe, an den Stromkosten aktiv zu sparen, ohne irgendwelche Nachteile zu haben, wäre ich ja dumm, wenn ich es nicht tun würde. Super, vielen Dank für dieses interessante Abschlusswort und das interessante Gespräch. Herzlichen Dank, Julian Affeld. Ich danke Ihnen auch, Frau Krabb. Vielen Dank. Das war Handelsblatt Green & Energy für diese Woche. Wenn Sie Fragen, Themen oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns einfach eine Mail an green-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie mehr vom Handelsblatt nicht nur hören, sondern auch lesen wollen, dann lege ich Ihnen unser Probeabo ans Herz. Unter www.handelsblatt.com können Sie das Handelsblatt für vier Wochen zum Preis von einem Euro testen. Ich bedanke mich für die Produktion bei Marcel Joschko und Florian Pape. Und wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, freuen wir uns natürlich über eine gute Bewertung in Ihrer Podcast-App. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.